Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ich bin hier als Experte eingeladen worden, wie du mich angekündigt hast. Da muss ich lachen, aber nein, sparen Sie Seite. Genau, deswegen sage ich. Sie sind optisch sehr ähnlich einer anderen ikonischen Uhr, die wir kennen von einer Marke, die eine Krone im Logo hat. Genau, Steinhardt. Hat eine? Genau, Steinhardt. Steinhardt, so. Ja, normalerweise achte ich da sehr, sehr drauf, aber tatsächlich habe ich einen braunen Württel zu diesem schwarzen, der passt überhaupt nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuesten Uhrentalk. Heute zu einem sehr spannenden Thema, nämlich die 10 besten Chronographen unter 3000 Euro. Und es ist gar nicht so leicht, Chronographen zu finden innerhalb dieser Preisklasse, wenn wir über mechanische Chronographen sprechen. Und deswegen habe ich mir wieder meinen Freund Thomas eingeladen zum heutigen Talk. Talks, schön, dass du dabei bist, Thomas, dass wir heute über das Thema reden können. Wie geht's dir? Ja, mir geht's hervorragend, wenn ich bei dir sein darf, Mario. Ganz großartig. Und wir werden was finden. Wir werden was finden, was die Leute begeistert, wo sie vielleicht sagen, da ziehe ich demnächst los und schaue mir diese Uhr in meinem Original an. Wir haben 10 Uhren mitgebracht. Du hast 5 Uhren mitgebracht und ich habe 5 Uhren mitgebracht. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Das heißt, es wird auch eine gewisse Überraschung werden, welche Uhren jeder von uns detektiert hat. Ich bin so vorgegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich in jeder Preisklasse etwas dabei haben. Also wirklich für jemand, der neu frisch anfängt mit dem Sammeln von Uhren und sagt, ich habe mein erstes gespartes Geld bis zum Modell, wo wir dann die Grenze von 3000 Euro auch wirklich vollkommen ausschöpfen. Was war so dein Ansatz? Was hast du heute mitgebracht? Ich bin ganz anders dran gegangen. Ich habe einfach gesagt, es geht mir nicht nach der Preislage. Wir haben gesagt, unter 3000 Euro. Das war die Vorgabe. Und ich habe einfach gesagt, lass uns das kategorisieren. Diver, Flieger, klassische Uhren, Racing. Das wirst du sehen. Auch ein Einsteigermodell habe ich mit dabei. Wenn man das als Einsteigermodell bezeichnen kann. Die Preise sind ja doch bei Kronos etwas höher. Aber ich habe eine andere Hervorgehensweise. Da bin ich mal gespannt, was du dabei hast. Und bevor wir über die erste Uhr reden, müssen wir vielleicht nochmal über das Thema Chronograph und grundsätzlich reden. Weil es gibt ja oft eine Sache, die manchmal verwechselt wird. Nicht von den Uhren-Experten, also von denjenigen, die sich mit Uhren auskennen. Du weißt, glaube ich, auf was ich anspiele. Du wirst wahrscheinlich meinen Chronometer, Chronograph. Genau, das hat man unbedingt erwähnt am Anfang. Was ist der Unterschied? Also für diejenigen, die sich mit Uhren noch nicht so gut auskennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Chronometer und einem Chronographen eigentlich? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Ich bin hier als Experte eingeladen worden, wie du mich angekündigt hast. Da muss ich lachen, aber nein, Spaß. Genau, deswegen sage ich, also ein Chronometer, klar, da gibt es eine Zertifizierung dafür. Da gibt es eine Schweizer Variante, da gibt es eine deutsche Variante. Der Chronometer-Zertifizierung ist ein Qualitätsmerkmal. Die Ganggenauigkeit wird in erster Linie mal gemessen. Und beim Chronographen, das ist einfach eine Stopp-Funktion dabei. Also, wenn jemand sagt, ich habe einen Chronograph, heißt es noch lange nicht, dass es ein Chronometer sein muss. Gibt es aber auch. Aber er kann gleichzeitig auch ein Chronometer sein. Ja, er kann. Wenn er die speziellen Anforderungen erfüllt. Da gibt es ja, glaube ich, zwei verschiedene Möglichkeiten, die Uhren zertifizieren zu lassen. Es gibt einmal die berühmte COSC-Zertifizierung in der Schweiz. Das gilt nur für Schweizer Uhren. Und es gibt sowas natürlich auch in Deutschland. In Glashütte wird das, glaube ich, getestet. Genau, die Sternenwarte von Wempe. Genau, richtig. Ich glaube, die machen das auch schon seit 15 Jahren. In dem rechten Sinne haben sie das gekauft. Okay, aber das eine Chronometer, spezielle Ganggenauigkeit, besonders getestet mit einem Zertifikat. Und der Chronograph, die Uhr für die Stopp-Funktion. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Thomas, was hast du dabei als erste Uhr? Ja, erst mal habe ich eine Uhr am Handgelenk. Ach, genau. Der Wrist-Check. Der Wrist-Check am Handgelenk. Habe ich eine Uhr, die ein bisschen außerhalb der Range liegt. Aber ich wollte sie mitnehmen, weil sie mir unheimlich ans Herz gewachsen ist. Es ist die Speedmaster. Die Moonwatch. Komm, ich mache sie mal ab. Dann kann sie vielleicht auch mal in die Kamera halten. Das kannst du gerne tun. Ich glaube, das ist der Chronograph von Omega, der mir als erstes einfällt. Wenn man über die Marke Omega spricht und die Moonwatch ist einfach... Es ist nicht das aktuelle Modell, muss man dazu sagen, oder es ist das Vorgängermodell. Aber absolut ikonisches Modell. Also wenn man eine Sammlung aufbaut, dann kann oder sollte sowas fast mit dabei sein. Ich sehe gerade Sapphire Sandwich, also vorne und hinten Saphir-Glas. Das ist eine 1863er Kaliberbezeichnung, aber eben nicht Metas und auch nicht COSC-Zertifiz. Und Handaufzug, ne? Handaufzug, ja. Das ist die besondere Verbindung, die man auch zu einer Uhr aufbaut. Habe ich vor vielen Jahren mal in der Zeitschrift, in der Chronos war das, glaube ich, gesehen oder gelesen. Da hieß es, wenn ein Mann jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt idealerweise seine Uhr aufzieht, dann hat er diese Verbindung geschaffen. Und darum geht es auch. Diese Bindung, wir Uhrenenthusiasten, wir suchen immer einen Grund. Und das ist der Grund für mich, eine Speedy zu haben, Handaufzug. Keine Uhr für faule Menschen. Nein. Hier muss man dran denken. Spätestens, wenn man auf die Uhr guckt und die Uhrzeit stimmt nicht mehr, weiß man, okay, ich habe es heute vergessen. Oder wie lange hat die? 40 Stunden? Die hat 40 Stunden. 40, 42, glaube ich. Also anderthalb Tage irgendwie nach einem Tag aufziehen. Passt natürlich wunderbar zum Thema. Ich habe heute keinen Chronographen am Handgelenk. Ich habe mich für eine Uhr entschieden und zwar meine Stowa. Eine Stowa Flieger Klassik. 40 Millimeter. Ein wunderschönes Modell, Fliegermodell. Ich trage die Uhr derzeit sehr, sehr gerne und ich habe sie heute in dieser Kombination gewählt, weil ich die gleichen Schuhe, also auch in der gleichen Farbe anhabe. Und auch der Gürtel hat genau die gleiche Farbe. Ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden. Normalerweise achte ich da sehr, sehr drauf. Aber tatsächlich habe ich einen braunen Gürtel zu diesem schwarzen. Das passt überhaupt nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Also eine wunderschöne Fliegeruhr aus Deutschland. Klassischer Fliegerbaum-Muster A, wenn ihr diese Uhr genauer kennenlernen wollt. Auf meinem Kanal gibt es dazu ein Review. Das müsste gerade letzte oder vorletzte Woche erschienen sein. Also da könnt ihr gerne mal schauen. Du kennst die Uhr, glaube ich. Ich kenne die Uhr, aber leider Themaverfehlung. Für den heutigen Tag hätte ich jetzt einen Chronographen erwartet. Ja, aber warte mal ab. Ich habe ein paar Uhr noch mit dabei. Deswegen kann ich es mir erlauben, heute auch keinen Chronographen im Handgelenk zu tragen. Und deswegen, ich lege die Uhr jetzt einfach mal beiseite, weil wir werden uns gleich ein paar Uhren anschauen. Wer fängt an? Du, bitte. Ah, ich fange jetzt mal mit dem günstigsten. Ich habe es mal Einsteiger genannt. Fange ich an. Eine Marke, die du noch nicht im Review hattest, Zeppelin. Gehört zu Pointstech aus dem Ort Rula. Rula ist in Thüringen, das werden viele von euch wissen. In dem Dreieck Eisenach, Waltershausen, Gotha in diesem Bereich. War mal eine richtig bedeutende Uhrenstadt in der DDR. Ja, da haben 7.000 Menschen leben dort. 8.000 Menschen haben dort gearbeitet, haben Rula Uhren hergestellt. Gibt es eine schöne Verbindung auch in den Weltall und auch zur Partei. Also Parteitagsuhren haben die auch hergestellt. Ist egal. Inzwischen hat es damit nichts mehr zu tun. Rula gibt es so nicht mehr. Den Ort gibt es aber nicht mehr den Hersteller. Und jetzt gibt es eben einen Hersteller, Pointtec, der Zeppelin, der Iron Annie und der Bauhausuhren herstellt. Und ich glaube Junkers, wenn mich nicht alles täuscht, gehört auch zur gleichen Gruppe. Es könnte sein, dass Junkers mit dabei ist, ich weiß es nicht mehr ganz klar. Das ist, glaube ich, eine relativ junge Marke. Die gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, 80er Jahre oder so. Mitte der 80er Jahre. Nee, das ist dann schon 90er, nach der Wende gewesen. Aber es gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Da will ich eine Wette für eingehen. Da würde ich mir fast sicher sein, dass es die Marke Pointtec mit den verschiedenen Marken schon in den 80er Jahren gab. Aber ihr wisst es vielleicht besser. Schreibt uns mal in die Kommentare, wer jetzt recht hat. Thomas oder ich? Ich sage jetzt einfach mal Mitte der 90er Jahre. Kleine Wette. Genau, kleine Wette. Nee, es ist Bier. Es geht ums Bier. Sehr gerne. Okay. Und welche hast du dir ausprobiert? Also ich habe die Zeppelin mitgenommen, einen Chronographen logischerweise. Und das ist das Modell Atlantik. Dieses Modell Atlantik gefällt mir deswegen so gut. Es ist ein B-Kompax. Da müssen wir nachher mal unterscheiden, was das Ganze ist. Hat auch ein Datum drauf. Es hat einen Durchmesser von, ich muss nachgucken, 41 oder 42 Millimeter. Also das ist noch im Rahmen dessen, was viele, viele da draußen auch tragen können. Und das Besondere ist der Preis. Der Preis liegt, da muss ich kurz schauen, 1240 Euro, das ist 249 Euro, das ist wirklich im Rahmen, muss man ganz klar sagen. Für diese Marke, das Zeppelin-Logo, ganz ikonisch natürlich, das mit drauf ist. Mineralglas ist Saphir-beschichtet, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also ich habe eine spezielle Härtung des Mineralglases. Und ein japanisches Werk drin, ein Saiko-Werk. Du bist ja der Saiko-Experte hier im Hause. Also es sind solide Werke, kann man nichts sagen. Schöne Uhr, die gut passt und auch dieses Luftfahrt-Thema natürlich aufgreift, wer sich ein bisschen mit dem Zeppelin-Thema beschäftigt hat. Also auch diese Optik finde ich traumhaft schön. Die Farbe des Zifferblattes, dieses Beige, dieses Cremefarbene harmoniert hervorragend. Interessant. Und bei Nacht, bei Nacht, musst du mal gucken, bei Nacht leuchtet das gesamte Zifferblatt. Auch klasse. Ja, stimmt, genau. Oh, Wahnsinn. Also ich blende euch die Bilder ein, werdet ihr dann gleich sehen. Also wirklich absolut optisch ein schönes Modell. Und auch wirklich für den Preis sind wir ja wirklich im Einsteiger-Segment unterwegs. Weil ihr wisst bestimmt, dass es sehr, sehr schwierig ist, Chronographen zu finden, die nicht im vierstelligen Bereich sind, wenn wir über mechanische Chronographen reden. Ganz genau. Deswegen ist das ein schönes Einsteigermodell für jemanden, erstmaligen mechanischen Chronographen. Ganz solide 5 Bar Wasserdichtigkeit auch dabei. Also 15 Millimeter Bauhöhe, das trägt schon etwas stärker auf. Aber wie gesagt, das Modell gefällt mir sehr gut. Und das wäre tatsächlich meine erste Empfehlung. Aber 15 Millimeter Bauhöhe ist eigentlich relativ normal bei Chronographen. Wenn das klassische Valjoux 7750 ETA-Laufwerk, ist ja eines der weit verbreitetsten Chronographenlaufwerke, die man so eigentlich am Markt kennt, die haben eigentlich fast alle 15 Millimeter Bauhöhe. Unten drunter wird es schon eher schwierig. Und wir wissen beide, das kommt immer darauf an, wie das Ganze dann am Handgelenk wirkt. Ja, genau. Das kann man, da kann eine 13 Millimeter Uhr höher wirken als eine 15 Millimeter Uhr. Das wäre für mich kein Ausschlusskriterium. Aber in dem Fall, wir hatten ja gerade besprochen, dass es sehr schwierig ist, Uhren unter 1000 Euro zu finden. Mechanisch, Chronograph. Und du hast eine gefunden? Ich habe was dabei. Dann zeig dir mal her. Ich habe dabei und zwar einen chinesischen Hersteller und zwar die Seagull 1963. Ich habe hier mal zwei Varianten mit dabei. Einmal die 38 Millimeter Variante und du hast die 40 Millimeter Variante. Es gibt nochmal eine Variante in 42 Millimeter und das Faszinierende daran ist, dass es ein Schaltradchronograph ist mit einer Schwanenhalsfeinregulierung. Ein unfassbares Uhrwerk. Es läuft unter dem Namen ST19. Wird von Tianjin Factories hergestellt. So, glaube ich, heißt die Marke. Und basiert auf einem Schweizer Chronographen-Laufwerk und zwar dem Venus 175. Und das wird seit den 50er Jahren hergestellt. Dieses Uhrwerk und immer wieder weiter verbessert. Und jetzt kommt es. Soll der Preis? Derzeit ab ca. 260, 270 Euro erhältlich. Diese Uhr. Die größeren Varianten sind etwas teurer. Unwesentlich. Unwesentlich teurer. Es sind teilweise um die 310, 315 Euro. Je nachdem, welche Farbvariationen man dort wählen möchte. Also der Preis ist absolut der Hammer. Und ich muss dazu sagen, wenn man sich das Uhrwerk von hinten anschaut, hier im Saphir-Glasboden, es sieht wirklich traumhaft aus. Und ich habe mir den Spaß mehr erlaubt, diese beiden Uhren mitzunehmen bei einer Veranstaltung, wo Uhren-Enthusiasten mit dabei waren, die die Uhren nicht kannten. Und ich habe die einfach mal rumgehen lassen und gesagt, schaut euch diese Uhren an. Wie findet ihr die? Ohne zu sagen, wo die herkommt. Und die meisten der Teilnehmer haben wirklich große Augen bekommen und gesagt, das gibt es doch gar nicht. Das ist ein Schaltrad-Chronograph. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Und dann habe ich den Preis gesagt und dann sind die Beine alle hinten runtergefallen. Waren ziemlich begeistert. Und das waren wirklich Uhren-Enthusiasten. Und deswegen, schaut euch diese Uhr mal an. Für mich als Einsteigeruhr in dem Preissegment werdet ihr nichts Vergleichbares finden. Man kann kritisch hinterfragen und sagen, möchte man chinesische Handwerkskunst am Arm tragen. Da gibt es ein paar, für die ist das nichts. Die sagen, nein, ich möchte das halt nicht unterstützen. Da muss jeder seine eigene Meinung sich dazu bilden. Da gibt es dann vielleicht andere Alternativen, zu denen wir auch nochmal kommen. Aber in dem Preissegment unschlagbar, unfassbar. Man müsste das eigentlich mal in die Kamera halten, die Unterschiede jetzt hier zwischen der Speedy und deiner. Gut, du hast keine gebläuten Schrauben, das muss man sagen. Die sind wahrscheinlich lackiert. Da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. Ich vermute, dass es eher lackierte Schrauben sind, dass sie nicht thermisch gebläut sind. Aber man kann dazu leider nichts Wirkliches herausfinden. Da gibt es unterschiedliche Quellen, die Unterschiedliches sagen. Aber diese Mühe hat sich Omega gar nicht gemacht. Gibt es gar nicht. Weil sie überhaupt nicht gebläut ist. Genau, richtig. Es wird jetzt ein bisschen schwer, dass ihr da reingucken könnt. Aber ich zeige euch dann einfach mal ein Foto, dass ihr das im Vergleich mal sehen könnt. Wirklich, zwei tolle Uhren. Gute Uhr, Preis, Hammer. Also hier, das wäre meine erste Wahl. Ja, dann kommen wir zu meiner zweiten Wahl. Und ich hätte gesagt, ich habe ein Einsteigermodell dabei. Und ich habe danach gesagt, wir wollen Flieger machen, wir wollen Racing machen. Wir wollen auch Klassik machen. Und Klassik ist für mich Hamilton. Hamilton ist eine Marke, um die ich sowieso schon immer wieder drum herum schleiche. Gibt es ganz viele tolle Modelle. Wir haben uns oft ausgetauscht in diesem Bereich. Und ich habe die Intramatik genommen. Die Intramatik gibt es mit Lederband. Die gibt es mit Milanesband. Das wäre für mich die erste Wahl. Milanesband ist ganz toll gemacht von denen. Und es gibt verschiedene Farben. Ich habe mal eine blaue gewählt, die wir euch gleich einblenden werden. Blau mit weißen Totalisatoren. Und aber auch mit einem weißen Datum passt es ganz harmonisch. Pilzdrücker mit dabei. Also in der Summe ein gutes Paket. 2.295 Euro. Die Größe mit 40 Millimeter. Da muss man gucken. Ich habe etwas größere Handgelenke, wie du weißt. 19,5 Zentimeter. Das passt nicht bei jedem. Also diese Uhr mit 40 Millimeter. Aber trotzdem ein schönes Ding. Kann man tragen. Und es ist, glaube ich, eine sehr, sehr respektierte Marke. Auch in der Uhrenwelt. Hamilton, ursprünglich Amerika. Jetzt Schweiz. Schweiz. Sports Group. Und also Hamilton ist eine fantastische Marke. Ich finde die Historie von Hamilton unfassbar. Über 100 Jahre. Hat ja viele, viele Modelle hergestellt. Und bei dieser Uhr, die basiert ja so ein bisschen auf einem 68er-Modell der Zeit. Und ich muss dann immer so an Polycars denken. An Musclecars wie Ford Mustang. Und diese Phase, wo dann... Also es ist eine perfekte Uhr, weil sie ein bisschen Sportlichkeit... ...mit der Klassik eigentlich miteinander verbindet. Und vor allem, guckt euch mal die anderen Farben auch an. Da gibt es viele, gerade die grüne, finde ich auch sensationell. Wirklich, die grüne ist ganz, ganz toll. Habe hier die blau genommen. Wahrscheinlich, weil ich eine andere grüne mit dabei habe. Als negativer Punkt könnte man vielleicht sagen, dass die Drücker natürlich relativ weit rausstehen. Gut, aber dafür gibt es ja Gründe. Dass man vielleicht auch mit einem Handschuh diesen Drücker gut bedienen kann. Aber, also mich stört das persönlich nicht. Es ist ein Designmerkmal. Stellt euch vor, bei der Omega C Master sagt jeder, das Heliumauslassventil wäre störend. Gut, sie hat keine Drückfunktion, aber es gehört zu einem Design dazu, zu der Designsprache eines Chronographens, dass diese Drücker mit dabei sind. Und die können auch mal gerne ein bisschen präsenter sein, wie das Hamilton hier gewählt. Also für mich ist das eine perfekte Uhr. Gerade in der Größe, 40 Millimeter, richtig super. Haben wir was Schönes gefunden. Gucken wir mal, wie deine Nummer 2 aussieht, die uns mitgebracht hat. Wir steigen ja bei dir ein bisschen preislich an, oder? Genau, richtig. Also wir hätten jetzt was ganz günstiges. Die zweite Uhr, die ich mit dabei habe, die kann man vielleicht auch kritisch sehen, weil es sich hier nicht um einen mechanischen Chronographen handelt, sondern um ein Quarzwerk. Und zwar um ein Solarquarzwerk. Ich habe diese Uhr trotzdem mitgebracht, weil sie von einer Marke kommt, die ich sehr schätze, die du auch schon gerade nochmal erwähnt hattest und über die ich schon seit Monaten eigentlich nachdenke und immer wieder um diese Uhr herumschlavenzelt. Du kennst das vielleicht, wenn du in die Boutique gehst und guckst in die Uhr und denkst, Mensch, eigentlich wäre das was für mich, aber man hat trotzdem noch diese Zurückhaltung. Es geht nur noch weiter. Es ist ja nicht nur das Herumschwänzeln, sondern du verbringst auch Unmengen Zeit damit, das auf Videos anzuschauen, Berichte darüber zu sehen. Das ist ja bei uns Uhrenenthusiasten fast schon eine Sucht. Ja, genau. Ich könnte das Review schon fast auswendig sprechen bei der Uhr. Und zwar handelt es sich hier um die Seiko Speed Timer aus der Prospect-Serie. Und zwar um die klassische Panda-Dial-Variante. Schwarz-Weiß. Absolut tolles Modell. Finde ich optisch super gut. Hat 39 Millimeter für mein Handgelenk. Absolut perfekt. Hat eine Höhe von 13,3 Millimeter. Müsste sie hoch sein. Einige sagen, das ist ein bisschen zu hoch. Ich finde es harmonisch, stimmig. Das Armband ist psychotypisch. Da gibt es also nichts Besonderes. Ist ein bisschen hochwertiger als bei den Five-Spot-Modellen. Aber es ist jetzt also nicht vergleichbar mit einem anderen teuren Armband einer anderen Marke, muss man einfach sagen. Sehr begehrt? Sehr begehrt. Am Anfang war sie sehr begehrt und auch kaum erhältlich. Das hat sich aber ein bisschen wiedergelegt, das Thema. Also die ist derzeit auch wieder erhältlich. Es gibt davon sogar eine andere Limited Edition jetzt gerade von der gleichen Serie. Die hat so ein himmelblaues Zifferblatt. Die ist jetzt gerade rausgekommen. Und es gibt auch noch andere Farbvarianten, wenn einem das Schwarz-Weiß nicht gefällt. Man könnte dazu sagen, sie sind optisch sehr ähnlich einer anderen ikonischen Uhr, die wir kennen von einer Marke, die eine Krone im Logo hat. Steinhardt, Steinhardt, hat eine. Genau, Steinhardt. Steinhardt, so. Über die können wir auch noch mal reden, Steinhardt. Nein, natürlich über Rolex. Wir reden über die Daytona, weil es doch Ähnlichkeiten gibt. Von der Gehäuseform würde ich jetzt nicht mal sagen, aber so der erste Eindruck, die klassische Daytona in Weiß mit dem Panda-Dial, obwohl Tuttadisatoren sind anders. Bei der Seiko sieht man, dass die Tuttadisatoren einfarbig sind. Bei der Daytona ist es ja mit dem schwarzen Ring und in der Weiß. Das ging bei dieser Variante aber nicht, weil die Tuttadisatoren gleichzeitig die Fläche für das Solar, also das Solarmodul ist dort hinterlegt. Also es ist ein ganz, ganz witziger Chronograph, 100 Meter Wasserdichtigkeit und hat sogar eine Anzeige, die zeigt dir an, wie viel Strom eigentlich noch drin ist, weil die hat sechs Monate Granreserve dadurch. Also sechs Monate kannst du die rein theoretisch im Dunkeln lassen. Also ein super Einsteigermodell, kostet nochmal zum Preis 679 Euro unverbindliche Preisempfehlung, müsste es gerade derzeit sein. Saphirglas? Saphirglas, auch das. Das ist ein Kritikpunkt, der bei einigen günstigeren Modellen der Fall ist. Hier kein Hardlexglas, sondern ein klassisches Saphirglas. Das wird auch, glaube ich, viele von euch ansprechen. Und den kriegt man derzeit schon bei Juwelieren und bei Händlern. So um die 550 Euro geht es los. Und das finde ich ein absolut fairer Preis. Definitiv. Und da könnte ich in dem Fall auch auf ein mechanisches Uhrwerk verzichten. Reden wir mal über die Funktion allgemein. Wofür brauche ich denn eigentlich so einen Chronographen? Ja, zum Stoppen, natürlich. Was stoppt man so? Das Eierkochen. Guter Punkt. Harte Eier, weiche Eier, mittelweich. Gut. Grillzeit. Grillzeit, haben wir schon mal diskutiert. In der letzten Folge. Ja, ja, genau. Ist tatsächlich so. Oder wie lange ist der Ofen vorgeheizt? Also wenn ein älteres Modell hast wie ich, dann hast du eben keine Digitalanzeige an dem Ofen. Das heißt, muss man selber mitstimmen. Oder wir haben, ihr kennt sicherlich Adrian Barker, der sagte mal in einer seiner Folgen, er nimmt eine Stoppuhr, um die Vorheizzeit seiner Espressomaschine dann auch zu messen. Und zwar mit so einer Stoppuhr, wie du sie hier hast. Jetzt liege ich mal. Wir haben nämlich hier auch eine Stoppuhr laufen, damit wir sehen, wie lange wir heute schon geredet haben. Ich muss sagen, die Ablesbarkeit ist nicht optimal. Wir haben schon 20 Minuten geredet, kann das sein? Kann sein. Wahnsinn, ne? Also dafür nutzen wir hier auch klassische Mechanismus. Ja, dann überziehen wir das Ganze nochmal. Ich habe auch eine Stoppuhr daheim. Ich habe eine Dugena Stoppuhr von meinem Vater. Die habe ich tatsächlich vor kurzem eingesetzt. Du weißt, wo Dugena ihren Hauptsitz hatte, meinst du ja? Ja, also in Darmstadt zuletzt. Genau, in Darmstadt zuletzt. Heißt, übersetzt? Ich komme aus Darmstadt oder wohne in Darmstadt. Ja, das meine ich nicht. Was heißt denn Dugena? Dugena, achso. Dugena, deutsche Uhrengenossenschaft? Ja. Und weiter weiß ich nicht. Alpina. Alpina? Ja, Alpina. Okay. Das ist gut, dass wir das auch geklärt haben für alle, ja? Und tatsächlich ist es so, dass dieser Dugena Stoppuhr schon immer bei uns in der Familie war. Mein Vater hat früher damit immer sein Sportabzeichen, seine Übungen auch mitgemacht. Und ich habe diese Uhr tatsächlich dieses Jahr erstmals eingesetzt, weil meine Tochter zum Bundesjugendspielen das erste Mal angetreten ist. Wir haben einen Tag vorher mal ein bisschen geübt. Einmal ein kleines Training gemacht, ja? Ich stand da wie Turnvater Jan mit dieser Uhr in der Hand und habe da die Zeit gemessen auf 50 Meter, ja? Okay. Aber jetzt zu deiner... Welche Uhr müssen wir jetzt machen? Ja, wir müssen als nächstes, bei mir ist es die dritte Uhr und ich habe einen Diver mitgenommen. Und ich habe eine andere Farbe gewählt. Nein, habe ich nicht. Ich habe wieder Blau gewählt. Du nimmst ganz oft Blau. Ja, irgendwie mag ich das. Schwarz mag ich, Weiß mag ich, Blau mag ich. Grün habe ich ja schon. Werden wir sehen. Grün wird auch auftauchen. Aber wir bleiben bei Blau. Und wir bleiben. Ja, und wir gehen zu Hanhardt in den Schwarzer Wald. Und es gibt hier bei Hanhardt eine Serie, die heißt Primus. Das ist nicht zwangsläufig eine Diver-Serie, aber sie haben mit dem Zusatz Diver tatsächlich ein solches Modell rausgebracht. 100 Meter Wasserdichtigkeit, also 10 Bar Druckfestigkeit. 2.540 Euro, um den Preis, man funktioniert ein großes Modell. Wir reden über 44 Millimeter im Durchmesser. Das ist schon eine große Uhr. Nur, wenn man sich... Das müsst ihr mal unbedingt machen. Ihr müsst euch mal die Hörner anschauen. Die Hörner haben ein Spiel. Du kannst sie bewegen. Das heißt, dadurch schließt sich das wunderbar um das Handgelenk heran. Obwohl es ein großes Modell ist, ist das wirklich gut tragbar für viele. Und im Licht, von Dunkelblau bis Mittelblau, schöner Farbverlauf. Und natürlich, der ikonische rote Drücker ist mit dabei. Der muss zu Hanhardt. Das wisst ihr, die uns gerade auch zuschaut. Also, gutes Modell. Kann ich empfehlen. Wäre mein Pick bei den Diver. Ist mir leider viel zu groß. Ich habe die Uhr selbst schon am Handgelenk gehabt. Und ich finde die auf den Bildern, optisch finde ich die super. Aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Von Hanhardt hätte ich ein anderes Modell, was ich bevorzuge. Aber passt jetzt hier nicht rein. Obwohl es auch ein Chronograph ist. Die Pioneer. Oh ja. Das wäre nochmal die Marke 1 und die Marke 2. Das wäre im Fliegerbereich unbedingt. Aber wir wollen das jetzt nicht ausführen, sonst kommt man glaube ich heute nicht. Aber lass mir bitte eins noch sagen, dass auch hier das Zifferblatt die Totalisatoren nachleuchten. Auch das ist schon die ganzen Totalisatoren. Ähnlich wie wir es vorhin bei der Zeppelin gesehen haben, ist da also ein bisschen mehr was los. Die in der Dunkelheit oder unter Wasser. Komme ich zu meiner Nummer 3. Ich habe heute eine Uhr mitgebracht. Und zwar eine Marke, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar die Marke Guineau. Aus Frankfurt am Main. Guineau, vielleicht schon mal gehört. Die Experten von euch wissen, wer diese Uhrenmarke zuletzt besessen hat. Und zwar der legendäre Helmut Sinn. Sinn ist Begriff einer der Uhrenmarken, die sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich extrem positiv entwickelt haben. Und Guineau war früher eigentlich Lieferant für Sinnuhren. Die haben Uhrengehäuse und Uhren produziert für andere Uhrenmarken. Und Sinn war dort Kunde. Und Helmut Sinn hat Sinn verkauft, da war er schon über 80 Jahre alt. Und hat, nachdem er die Uhrenmarke Sinn verkauft hatte, Guineau gekauft. Also den ursprünglichen Lieferanten von Sinn. Und man sieht das bei den Uhren. Und er hat, glaube ich, auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass die Philosophie von Guineau heute so ist, wie Sinn sie auch geprägt hat. Nämlich die Aussage ist, er wollte damals Uhren herstellen mit einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sollte erschwinglich sein für jedermann von uns, aber gleichzeitig mit der höchstmöglichen Technik und mit der höchstmöglichen Qualität, die machbar ist. Und ich habe hier eine mit dabei, das ist die Guineau. Guck sie dir mal an. Das ist die Monte Carlo Aero. Sie ist wasserdicht. 200 Meter. Und das ist für einen Chronographen außergewöhnlich. Normalerweise sind Chronographen ja nur wasserdicht bis 50 Meter. Einige bis 100 Meter, aber 200 Meter finde ich absolut fantastisch. Diese Uhr kann man heute immer noch erwerben. Hat eine beidseitig drehbare Lünette. In dieser Variante sieht man aber eine spezielle Lünette, die eigentlich zu der normalen Monte Carlo gehört. Nämlich, das ist ein Timer, die rückwärts zählt. Ja. Ist ein galvanisch versilbertes Ziffernblatt mit Sonnenschlift. Die Indizier sind per Hand appliziert. Eine 12-Stunden-Lünette mit Countdown-Funktion. Innenliegende Tachymeter-Skala zum Bestimmen der Geschwindigkeiten. Innen drin ist ein Selita SW500, also auch ein Nachbau des Valjoux 7750. Hat 40,6 Millimeter Durchmesser und hat eine Höhe von 15,6 Millimeter. Und dann Sichtboden, wie ich gerade sehe. Und ein Sichtboden. Man muss dazu sagen, dass die Uhrenmarke, das ist eine alte Schweizer Uhrenmarke. Und sie wurde dann später aber nach Deutschland verlagert. Also die Produktionsstätte ist alles in Deutschland, auch made in Germany. Und diese Uhren werden ausschließlich im Direktvertrieb angeboten. Das heißt, es gibt keinen Zwischenhändler. Und deswegen können auch diese guten Preise angeboten werden. Wie gut ist der Preis? Der Preis dieser Uhr ist ab 1739 Euro. Also absolut fair. Mit Lederband wahrscheinlich und dann, wenn du ein Stahlband dazu haben möchtest. Genau. Dann wird es ein bisschen teurer, aber ab dem Bereich geht es ungefähr los. Was man noch dazu sagen kann, die Uhren werden speziellen Qualitätskontrollen unterzogen. Ich habe gehört, dass Gino jede einzelne Uhr wirklich nochmal testet, in 5 Lagen genau einreguliert und sich jede einzelne Uhr nochmal anschaut. Und das ist wirklich outstanding. Das gibt es in der Form, glaube ich, bei fast keiner anderen Uhrenmacht. Also hast du mich echt überrascht? Ich hätte jetzt erwartet, dass du mir eine SIN präsentierst. Das habe ich auch schon mit dem einen Auge so ein bisschen darüber geschielt. Da habe ich gedacht, da liegt eine SIN. Schönes Modell, genau. Eine Uhr, die man, oder eine Marke, die man seltener auch im Preview sieht. Und ich finde die auch wirklich toll. Und für mein Handgelenk passt die auch wunderbar. Ich habe noch eine zweite mit dabei, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Wollen wir mal grün sehen. Wollen wir mal grün sehen, ja. Fange ich an. Es gibt ja diese ganz großen Marken aus Glashütte aus Deutschland, die jedem einfallen. Das ist Lang und Söhne, das ist Nomos, das ist Tutima, das ist aber auch Glashütte Original. Und Union Glashütte fällt aus. Bruno Söhne, müsste man dazu sagen, ist auch noch aus Glashütte. Und Wempe natürlich. Wempe, bist ja auch ein eigener Uhrenhersteller. Union Glashütte Belisar. Das ist ein Mega-Chronograph. Seit Jahren überlege ich mir immer, kaufe ich mir das. Und es gibt so viele schöne Varianten inzwischen von diesem Belisar-Chronograph. Und zwar inzwischen auch in grün. Das ist so, ist es ein British Racing Green, das weiß ich nicht. Aber es ist eine Farbe, die einfach Eindruck auf mich macht. Zwei Tutorialsatoren sind in weiß gehalten. Ein wunderbares Grün, das sogar einen leichten Farbverlauf auch hat. Die Größe ist absolut tragbar, 44 Millimeter. Da ist es eine große Uhr, keine Frage. Mit einer 65 Stunden Gangreserbung. Das ist durchaus meine Ansage. Also da kann jeder was finden. In Beigetönen, in Schwarztonen oder eben in dem Grün der Belisar. Und das Schöne ist, es sind eben auch wieder arabische Ziffern mit drauf. Das mag ich sehr bei Chronografen. Das ist eine schöne Abwechslung. Also 2750 Euro, da kratzen wir so langsam an der 3000-Euro-Marke. Aber das wäre für mich die Nummer 3. Ist für mich leider ein bisschen zu groß. Alle Uhren von Union sind leider eher für etwas größere Handgelenke gemacht. Also gibt es kaum Varianten mit 40 Millimeter. Auch der Lack-to-Lack ist bei der Uhr, glaube ich, ein bisschen zu groß. Leider, deswegen ist diese Uhr-Marke bei mir nicht so auf dem Schirm, obwohl ich die optisch wunderschön finde. Was mir auch gefällt, ist, dass Sie den Sekunden-, den Stoppzeiger, dass Sie den eben mit einer roten Spitze versehen. Aber ich will dir auch sagen, warum. Wenn du mal auf die Speedy hier drauf schaust, schau sie dir mal genau an. Ja. Du wirst sehen, dass da viel Weiß dabei ist. Wir haben also einen weißen Minutenzeiger, einen weißen Stundenzeiger, die übrigens, abgesehen von der Länge, genau gleich breit sind. Und jetzt kommt noch der Zeiger zum Stoppen der Sekunde und irgendwie erfasse ich, wenn es so ist, wie du es gerade siehst, erfasse ich die Uhrzeit nicht so schnell. Das heißt, bei dieser Uhr wird es passieren, dass ich in der Regel den Chronographen drücke und laufen lasse, quasi als laufende Sekunde. Und in diesem Augenblick kann ich jetzt die Uhrzeit besser für mich erfassen. Deswegen liebe ich es, wenn es zum Beispiel so ein roter Zeiger mit dabei ist. Breitling macht das auch ganz gerne bei seinen Navitama-Modellen. Wunderschön. Eine Marke habe ich übersprungen, weil ich bin ja direkt von 679 Euro auf 1700 Euro gesprungen. Es gab nämlich eine Marke, die liegt noch etwas preislich darunter. Und zwar die Marke Steinhardt. Doch, mit der Krone. Ja, doch, die mit der Krone. Die mit der Krone, ja. Ich habe nämlich eine Steinhardt mitgebracht. Und diese Steinhardt, ich halte euch mal die Kamera, das ist die Navi oder Nav.B. Chrono 42 Classic A Type in Blue. Eine unfassbare lange Bezeichnung und Nav steht, denke ich mal, für Navigation, wird es sehr wahrscheinlich sein. Und diese Uhr erinnert mich sehr, sehr stark an andere ikonische Modelle, Pilotenmodelle, Fliegermodelle, Fliegerchronografen von anderen Uhren, Hersteller. Aber ich würde sie trotzdem nicht als Hommage bezeichnen. Zuerst habe ich an die IWC Pilots Watch gedacht. Ja, ja. Aber die Uhr unterscheidet sich doch deutlich davon. Das Ziffernblatt ist komplett anders. Es hat ein unfassbares Farbenspiel. Wenn man diese Uhr im Sonnenlicht mal hin und her bewegt, wird sie total hell und fängt an zu funkeln. Und wenn das Licht halt nicht drauf strahlt, hat man ein sehr schönes, mattes, sanftes Blau. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Farbkombination. Die Uhr gibt es in 41 Millimeter und in 43 Millimeter. Das ist die, meines Erachtens, noch die 41 Millimeter Variante. Goldener Rotom sagt meistens, das ist die Premium Variante. Von Steinhardt, müsst ihr mich täuschen, könnten wir nochmal recherchieren. Die Bauhöhe ist natürlich immens. Das liegen wir bestimmt bei 16, 17 Millimetern. Ja, ich habe gemessen, über 16 Millimeter. Das ist eine Höhe, aber ein wunderbares Modell, keine Frage. Verschraubte Krone, 50 Meter wasserdicht, obwohl die Krone verschraubt ist, was ich nicht so ganz verstehe. Armbandglieder sind verschraubt. Was ich immer ganz nett finde, auch die Schließe. Ja, die ist eine normale, relativ günstige Standardschließe von Steinhardt, kann man nichts sagen. Auch die Verarbeitung ist ganz gut. Und das ist ein schöner Chronograph, weil der Preis passt auch, liegt bei 1050 Euro. Steinhardt ist ja so ein Uhrenhersteller, der ein bisschen umstritten ist, weil sie sehr viele Hommage-Uhren machen, optisch angelehnt an andere ikonische Modelle. Aber gerade dieses Modell, finde ich, ist doch ziemlich unterschiedlich und nicht unbedingt mit einem anderen Modell eins zu eins zu vergleichen. Ich habe mal ein Zitat oder ein Interview gefunden von dem Geschäftsführer, dem Günther Steinhardt. Der wurde gefragt, wie realisieren Sie denn eigentlich bei dem geringen Preis Ihrer Modelle? Und da sagt er, der geringe Preis ist eine Bewertung, die mir eigentlich nicht zusagt, wir haben einen ehrlichen Preis, der sich durch eine besondere Verkaufsstruktur bezahlt macht. Wir verkaufen im Direktvertrieb, also ohne Preisaufschläge des Einzelhandels im Vertrieb. Und im Gegenzug auf die geringe Preisfrage stelle ich gerne die Gegenfrage, wieso sind die anderen so teuer? Es ist eine sympathische Antwort von einem, wie ich finde, sympathischen Geschäftsführer. Es ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich ihn persönlich getroffen habe, davor war einige Male. Und auch das Team dort in Augsburg, der Stadt Bergen heißt es bei Augsburg, inzwischen sitzen Sie ja dort seit einigen Jahren. Sehr, sehr freundlich, also man wird da willkommen aufgenommen, willkommen geheißen sozusagen. Kommen wir mal zu meinem Modell. Das ist schon das letzte Modell, das ich mit dabei habe. Longines. Ich hatte es mal an einer anderen Stelle erwähnt gehabt, dass Longines einfach eine Marke ist, die mir unheimlich ans Herz gewachsen ist. Meine erste teure Uhr in den 90er Jahren war eine Longines. Und ich glaube, das wird irgendwann passieren. Ich mag die Marke, ich mag das Thema Zeitmessung, das ich damit verbinde, auch aus dem Sport. Ich mag das Logo mit dieser Sanduhr, das da mit da drauf ist. Und ich mag ganz besonders die Evigation Big Eye. Da gibt es schon einige Videos dazu. Konnte man in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder was dazu sehen. Es ist anders von der Zifferblattgestaltung. Ja, wir haben wieder die arabischen Ziffern mit dabei. Wir haben durchbrochene Ziffern, wenn die Totalisatoren etwas größer sind. Und das Big Eye bedeutet eben, dass hier die Minuten quasi, die gezählt werden, die gestoppt werden, dass es ein größerer Totalisator ist. Und das macht das gewisse Etwas aus. Einfach dieses, was sonst andere nicht haben. Es sind übrigens 30 Minuten, die dieses Big Eye sozusagen dann misst, müssen wir auch mal dazu sagen. Es gibt 30 Minuten Einteilung in der Regel. Es gibt meistens eine kleine Sekunde auf dem Zifferblatt und meistens dann auch noch bis zu 12 Stunden, manchmal sogar länger die Stunden, die dann auch noch gemessen werden können. Ein Modell, das 2870 Euro kostet, also etwas teurer ist in dem Fall. Wir haben 14,5 Millimeter Dicke. Das ist eher ein kleineres Modell, wenn wir es vergleichen mit den anderen, die wir heute gezeigt haben. Und wir haben hier eine Abmessung von, ich muss gucken, 41 Millimeter. Also das wäre so das, wo ich sage, 41 größer ist für mich ganz toll beim Chronographen. Wunderschönes Modell, gibt es in verschiedenen Farben, aber ich habe das schwarze rausgesucht. Sehr, sehr schönes Modell. Gefällt mir auch sehr gut. Kommen wir zu meinem letzten Modell, was ich mit habe. Das war dein letzter? Das war mein letztes. Genau. Jetzt kommt mein letztes Modell. Und ich habe die Preisspanne von 3.000 Euro komplett ausgeschöpft. Und zwar? Dann möchte man ja Pfui rufen, ganz laut. Nein, ich habe ja auch was ganz günstiges dabei gehabt. Aber jetzt habe ich was dabei. Und schaut euch das mal an. Was ist das? Auf den ersten Blick würde man sagen, das ist ein Breitling. Eine Hommage. Eine Hommage. Ja, genau. Kann man darüber diskutieren. Und zwar ist das hier eigentlich die Optik, die wir vom Breitling Navitimer kennen. Und zwar ist das die legendäre SIN 903. Das ist ein älteres Modell, ist schon 20 Jahre alt. Und da kann man sich die Frage stellen, warum sind diese Uhren eigentlich optisch dem Navitimer so ähnlich? Und warum darf SIN diese Uhr so produzieren? Die Geschichte kennst du das? Die Geschichte kenne ich natürlich, ja. Sie ging unter dem Helmut SIN los und wurde mit Lothar Schmidt, dem jetzigen Geschäftsführer, weitergeführt und sehr erfolgreich. Aber erklärst du sie, deiner Community? Also Helmut SIN hat diese Uhr produziert, nachdem Breitling sich entschlossen hat, die Produktion ihres Navitimers einzustellen. Das muss Ende der 70er Jahre gewesen sein. Mitten in der Quarzkrise war der Grund, dass Breitling gesagt hat, kamen finanzielle Probleme, wir stellen die Navitimer ein. Und sie haben aber den Markennamen, haben sie glaube ich behalten, aber haben die Teile verkauft. Und einer derjenigen, der die ganzen Teile, Uhrwerke, Gehäuse und so weiter gekauft hatte, war SIN. Und SIN hat unter diesem Namen, SIN 903, eigentlich den Navitimer mit Breitling-Teilen gebaut und verkauft. Teilweise konnte man sogar Breitling-Schriftzüge noch sehen. Und nachdem die Teile nachher langsam aufgebraucht waren, hat er dann angefangen, diese Teile nachzuproduzieren. Und deswegen ist er sehr erfolgreich gewesen und sehr beliebt und hat seitdem dieses ikonische Modell, diese ikonische Optik bei sich ebenfalls im Angebot. Und wenn wir mal ehrlich sind, er macht ja damit eigentlich vieles besser. Er macht ja die Uhr, macht er ja an zwei entscheidenden Punkten besser. Erstens, könnte sagen drei, aber wichtig sind zwei. Erster Punkt, ist wasserdicht. Ja. Das ist nämlich der Navitimer nicht, der hat gerade mal drei Bar, also Spritzwasser geschützt. Und der hat hier zehn Bar. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die innen liegende Lunette. Und wahrscheinlich hängt das zusammen mit der, also die Innendrehring, der innere Drehring ist auch bei dem Navitimer drehbar. Aber er wird ja hier anders bedient. Er wird ja hier über die zusätzliche Krone bedient. Und das ist anders als beim klassischen Navitimer. Und wahrscheinlich bedingt das eine, das andere dann eben auch die Wassersichtlichkeit. Und wir haben einen Sichtboden. Ja. Also von der Seite, vieles, vieles richtig gemacht. Ein klasse Modell und preislich nicht so abgehoben, wie wir das aktuell bei den Navitimern sehen. Was stört mich dabei? Vielleicht der zusätzliche Drehmechanismus für die Innendrehring? Nein, das wäre so wie das Helium-Auslassventil. Schau mal auf das Zifferblatt, vielleicht fällt dir irgendwas auf, was ich da nicht so mag. Ja, das Datum magst du sicher. Genau. Das Datum auf viereinhalb Uhr. Ja, auf halb fünf, sage ich immer dazu. Auf halb fünf mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch keins rausgenommen, dass es in diese Richtung geht. Aber okay, das ist nur eine Geschichte. Also ich finde, das ist ein wunderschönes Modell. Deswegen darf Sinn diese Uhr auch so produzieren. Es ist also keine Hommage-Uhr, sondern eigentlich der Historie geschuldet. Und die Frage ist, welche Uhr ist besser? Ist der Breitling Navitimer besser oder ist diese Uhr besser? Die Sinn. Ich sage, beide werden verkauft. Genau. Wenn eine Uhr schlecht wäre, würde sie vom Markt verschwunden sein. Und der Preis ist natürlich der absolute Oberhammer. Wir liegen hier bei drei... Ne, bevor ich den Preis sage. So, noch eine Sache. Das Uhrwerk, was in der neuen Sinn 903 verbaut wird. Weißt du, wer der Hersteller ist? Nein. Das ist... Jetzt im Neuen. Nicht in diesem 20-Jahre-Alt-Modell, sondern in dem Neuen. In dem Neuesten. Im Neuesten Modell, was man heute bei Sinn kaufen kann. La Jo Perret. Neue ist ein Hersteller von hochwertigen Uhrwerken. Unter anderem kauft dort Fortis Schaltradchronographenwerke ein. Ich meine sogar, das aktuelle Werk 17 von dem Fortis Strato Liner kommt aus diesem Haus und die sind bekannt für ihre hochwertigen, verarbeiteten Manufaktur-Uhrwerke. Schaltradchronograph ist das, über was wir hier reden. Turbillons haben die im Angebot. Und in der 903 ist das LJP 8000, ist dort in dieser Uhr verbaut. Und weißt du, wem LJP gehört? Erzähl. Citizen. Nein. Citizen hat im Jahr... Das wusste ich auch nicht. Das habe ich erst bei der Recherche herausgefunden. Hat im Jahr, glaube ich, 2012 diese Marke übernommen. Also eigentlich haben wir hier ein japanisches Citizen-Uhrwerk drin. Ist eine tolle Uhr. Und wer dieses Design mag und jeder weiß, wenn wir darüber reden, der mich kennt, dass ich das Design um mich mag, der meint, der kann eine solche Sinn tragen. Und der kann es mit Stolz tragen, ohne sich erklären zu müssen. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich ein Conversation-Starter, wie man so schön sagt. Gerade im Uhrenkreis, wenn man sagt, ich habe die Sinn genommen und eben nicht den Navi-Timer am Handgelenk. Tolle Uhr. Respekt. Was wäre denn jetzt von deinen Uhren... Preis haben wir noch nicht gesagt. Preis. Der Preis. 3.090 Euro. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil 3.090 Euro ist über dem Budget, weil wir gesagt haben, 3.000 ist eine harte Grenze. Wenn man bei Sinn direkt kauft und dort nach Sosnheim, Frankfurt Sosnheim fährt, kann man diese Uhr mit 3% Skonto erwerben, wenn man dort direkt bezahlt. Und mit 3% Skonto bist du genau bei 3.000 Euro. Also genau in der Range halt. Jetzt musst du mal überlegen, wie du das Video benannt hast. Hast du es benannt unter 3.000 Euro oder bis? Mehr sogar, müsste ja sogar sein, weil wenn die Uhr 3.090 Euro liegt, dann müsste man durch die Rundung eigentlich auf 2.900 und 97 Euro kommen oder sowas. Schönes Modell, lasse ich gleich an. So, was ist denn jetzt deine? Wenn du jetzt auswählen müsstest, du hast fünf gezeigt, welche würdest du wählen? Das ist schwierig unter den Modellen. Es gibt natürlich unfassbar viele andere Modellen. Unter den vier, ich habe ja schon die eine. Ich glaube, ich würde die 003 nehmen. Da bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen und lange Wartezeiten bei der Uhr. Wenn du das schwarze Modell haben willst, derzeit Wartezeit, ich habe geschaut, 29 Wochen. Also ich finde sie genauso, auch mit dem Armband, so würde ich sie nehmen. Das wäre mein Highlight. Die Seagull 1963, die habe ich schon in meiner Sammlung. Das wäre für ein Einstieg auf jeden Fall. Und deswegen hier, obere Preis-Range, dann vielleicht die. Was wäre es von dir? Ja, ich kann es wirklich nicht so ganz spontan sagen. Zwei Marken, Union und Longines, die würden quasi in die Battle gehen, wenn man das so sagt. Wenn ich mich kurz entscheiden müsste, ich würde mich für den Belisar-Chronografen von Union entscheiden. Warum? Wegen der Farbe. Jetzt nur wegen dieser Farbe, die ganz besonders ist, dieses Grün, das ich so mag. Es gibt von der Longines eine blaue Variante, die auch ganz toll aussieht. Blau-schwarze Variante, aber da habe ich einiges. Deswegen wegen der Farbe Grün und danach Longines. Eine sehr, sehr gute Wahl. Also die Belisar finde ich wunderschöne Uhr. Wir haben natürlich heute nur ein paar Uhren angesprochen. Es gibt noch ganz viele unfassbare Uhren. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Uhren ihr vermisst habt. Welche Uhren in dem Preissegment bis 3.000 Euro hier gefehlt haben, die ihr unbedingt in dieser Liste aufgenommen haben würdet wollen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht, heute mit dabei zu sein. Thomas, vielen Dank, dass du uns wieder beheert hast. Danke für die Einladung. In vier Wochen machen wir wieder ein neues Thema. Unbedingt. Falls euch was einfällt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich sage vielen, vielen Dank. Und wenn euch jetzt noch der letzte Uhrentalk interessiert über das Thema Sommeruhren, dann kann ich euch das folgende Video empfehlen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao.